Hallo, diese Woche hatte ich einen Protokollierungstermin, wo im Vorfeld die Vertragsparteien, sprich der Verkäufer und der Käufer, harte Verhandlungen geführt haben über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich möchte natürlich erwähnen, hart aber fair, was zum Schluss dazu führte, dass sich die Vertragsparteien beim Protokollierungstermin beim Notar sich gegenseitig nochmal für die erbrachte Fairness und Ehrlichkeit und Vertrauen, was dabei aufkam, sich gegenseitig nochmal bedanken. Was mir so noch nie passiert ist, dass der Notar, der für mich in diesem Fall auch neu war, dann fragte, ob er denn jetzt eine Kerze, bei so viel Harmonie eine Kerze anzünden soll. Man erlebt ja immer wieder was Neues in meinem Job und ich erzähle es ja immer, dass mein Beruf eigentlich Spaß macht, aber dass ein Notar eine Kerze anzünden wollte, das ist mir auch noch nicht passiert. Danke, mein Name ist Thomas Neubauer.